Liebe Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt ein Fahrzeug gebaut, nicht das schönste. Ich habe einfach so ein bisschen symmetrisch die Container hinten dran gebaut und vorne an Seiten und verbunden und ein Solarpanel habe ich hingekriegt. Ja, das Rad habe ich nicht hingekriegt, aber das liegt daran, dass der Platz irgendwie ein bisschen limitiert ist, keine Ahnung. Ich will jetzt aber auch die anderen Räder wegflexen und das bauen, das ist egal, das müsste gehen, ja. So, wir machen weiter, mal schauen. Ein bisschen repariert habe ich es. Oh je, mal sehen, ob ich überhaupt durchkomme, das habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht beachtet. Ja, das Wetter ist scheiße, das Wetter ist hier scheiße, es war eine P, 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 so. Das Wetter ist scheiße, es schneit die ganze Zeit und es wird auch gar nicht mehr richtig hell. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich kann das Auto, so wie es ist, kann ich, äh, oh was, achso, Gate Control, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, es ist ja alles hier ein bisschen, alles ein bisschen, ich, ich hänge, bin ich jetzt, achso, das ist, ach, ich bin viel zu schwer, oh Gott, oh Gott, ich habe, das war jetzt nichts, warte mal, warte mal, das ist, ja, okay, ich verstehe es, ich verstehe es, ich, kann ich das eigentlich, ich bin hinten, ja klar, ich habe das hinten immer reingetan, oder man, okay, das war jetzt, ich habe es einfach gebaut, ohne nachzudenken, und ich gebe es zu, ich habe jetzt folgendes, kann ich die Sachen, ne, das ist jetzt hier Sauerstoff, habe ich das hier drüben, ähm, hier drüben doch, wenn ich jetzt hier zugreife, dann müsste ich doch eigentlich, äh, das ist der Frachtcontainer 6, richtig, und das ist jetzt der Frachtcontainer 3, und da müsste ich, da könnte ich doch eigentlich in die 6 das alles rüberwerfen, oder, survival, Frachtcontainer 6, hier, das hier rüberwerfen, weil ich habe alles verbunden, das müsste doch dann gehen, eigentlich, wir haben 2000 Kilo, muss das alles mal nach vorne nehmen, ich habe ja alles verbunden, insofern, ist egal, ob das irgendwie was hilft, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt schiefhänge, naja, vielleicht ist es auch sinnlos gewesen, jetzt, was ich hier gemacht habe, und vielleicht komme ich ja auch gar nicht durch, na gut, okay, also, ja, findet das Torhaus, und öffnet das Landeding, wir checken natürlich erstmal hier, warum weiß ich denn da hinten, da brennt's nur, ja, ja, hier, herrstellungskomponenten, Klangkohle, oh, Glangkohle, so heißt es eigentlich richtig, Glangkohle, da drüben, es liegt auch noch was, ne, ich komme hin, okay, nee, da lag, da liegt, oder lag, ne, Drohne, wahrscheinlich, so, komme ich da rüber, direkt, ne, komme ich nicht, muss ich wahrscheinlich runter, und dann gehen wir hoch, jetzt wird es wieder stärker, Sturm, hallo, okay, F, geht nicht, zu Griff verweigert, ähm, flex mal weg, geht das, ja, geht, super, was ist denn, wenn ich das Ding wegflexe, würde da gar nichts mehr gehen, hä, würde das Spiel aus dem Tritt kommen, die schlafen will ich nicht, haben wir hier irgendwelche Sachen, mumpeln, immer mit, das ist nur das Kackhaus, äh, ja, alles klar, gut, geht es runter, wahrscheinlich, oder? so, nimm mal die vier, und, es ist runter, alles klar, na gut, es ist Platz, es ist Platz, das läuft, das funktioniert, hallo, gut, ja, bitte, dass der, der den Nebel könnte, könnte, weniger sein, weil ich sehe jetzt auch bloß weiß, ich glaube, ihr seht auch bloß weiß, oder? so, wenn ich hier schaue, dann habe ich aber nie so sehr die Übersicht, ich würde gerne, würde gerne so fahren, oh, ich, ja, ja, ich, das war nix, okay, das habe ich nicht, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Gate Turret, was ist damit, optional, reparieren, ach so, okay, das können wir ja machen, ja, worum auch immer, ähm, ich weiß nicht, ich wollte nämlich hier, schauen, ob ich hier reingehen kann, Zugriff verweigert, Zugriff verweigert, Zugriff verweigert, sowas zählt nicht, so ganz schön starke Tür, Zugriff verweigert, das ist das gleiche, gehört dazu, nee, das war falsch, nee, ich, ich tippe immer, jetzt, okay, credits, ist auch immer gut, ähm, ja, da machen wir optional, wofür auch immer das ist, einfach nur, dass ich den Schweizer mal schwingen kann, wahrscheinlich, äh, was fehlt mir, Motoren fehlen mir, ansonsten haben wir alles, ein computer, ein motor, oder, ja, ein computer, ein motor, immer eine kleine, nicht, ein computer, ein motor, ähm, ein computer, ein motor, computer, 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 hab ich gar keine computer, oh, oh, keine computer, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, hab ich echt keine computer, hatte ich doch irgendwie, bin ich nur blind, doch, ich wusste es da, ich hab da alles, alles da, so, jetzt schön, gegen wen auch immer ihr kämpfen wollt, müsst, wie auch immer, ihr habt das, so, was war das, das war Mission Objekt 1-1, und das war Mission Objekt auch 1-1, okay, wir lassen das mal da weiter, so, checken wir weiter die Lage, okay, wir fahren einfach mal dahin, okay, client required, data container, okay, search local, abilities for, clues to, occasion, okay, old meaning based, vier Kilometer, muss ich jetzt hier hin, okay, das ist natürlich jetzt, warte mal, wie sieht es denn aus bei mir mit Sauerstoff, ich habe ja jetzt, eigentlich, wenigstens gibt es hier überall Licht, wie sieht es von vorne aus, wenn ich da schaue, finde ich eigentlich genauso vorne, ist eigentlich ein bisschen besser sogar, weil da sieht man genau draußen hin, oder mal, was ich, ach so, ich muss noch mal kurz, ähm, machen wir noch mal so, wir checken noch mal die, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt fahre, ja, ein bisschen besser ist es, aber ich habe trotzdem noch ganz schön, Rücklast, ganz schön Rücklast, okay, ich mache mal kurz so, das muss ich noch mal ändern, vielleicht kriegen wir das noch hin, ähm, und ansonsten muss ich auch noch mal Sauerstoff ziehen, ich habe den Sitz nicht verbunden, genau, deswegen, kriege ich Energie und Sauerstoff nur hier heraus, ähm, warte mal, wir haben jetzt hier 1900, 2000, das Ding ist voll, und das ist leer, okay, und hier haben wir, 2600, ich hau das mal hier mit rein, und zwar, ist das hier nie so, bin ich schon voll, ja, ich da, okay, ja, ich kann das ja hier machen, ich steppe, ich habe es doch selber vorhin gesagt, dass ich das kann, so, das war welcher Frachtcontainer, 8Container 2, ja, Powerkit, 1000, geht er, oder, hä? Wieso ging das, und das andere nie? Ach, ja, stimmt, das sind die, das ist der Unterschied, wenn das nie direkt ist, dann sind die durch die schmalen Sachen verbunden, und da geht nie alles durch, das hatte ich, das, das hat man ja schon mal, genau, es geht nie alles durch, ich muss das theoretisch dann sozusagen, äh, zu mir nehmen, also, ich habe die nie direkt verbunden, sondern hier durch die kleinen, und da geht nie alles durch, dass ich jetzt nicht so sinnvoll finde, aber, okay, ah ja, da wird er schon, habt ihr gesehen, da wird er, hinten leichter, sofort, und mal sehen, wenn ich das hier reintue, oh Gott, das sinkt, ne, das war, das war das Licht, egal, komm, wir fahren weiter, so, 20 Kilometer, wenn ich es noch mal, ein bisschen Beleuchtung, ein Weg ist auch sichtbar, so geht's, denke ich mal, okay, stopp, das haben wir hier, Lage checken, kein Zugriff verweigert, wieso schießt der, oh, deswegen, was los, Alter, okay, es war nicht verkehrt, das Ding zu, zu, ja, warte mal, warte mal, warte mal, okay, Assi-Ding, hat mich angegriffen, Fuck-Drohne, okay, okay, warte mal, warte mal, warte mal, ich hab das selber auch hier geschätzt, wieso hat das nicht gefeuert, oder hat das gefeuert, ähm, hallo, ich will hier rein, so, K, Survive-Kit, ja, ist unverständlich, Batterie, ja, reicht mir alles nie, Hyroskop, ich hab da hier oben die, hier, Turret, aus, an, aus, an, ha, schießen, an, wieso ist das aus, Reichweite, 500, auf was schieß ich jetzt, da, was schießt der, wo schießt der hin, wo schießt du hin, Junge, Junge, ach, ist das bloß anschalten, es ist jetzt nie, der schießt wahrscheinlich, ach, das ist doch hier, warte mal, ähm, nee, ach, Göttel, diesen, oh, so, okay, warte mal, Block umschalten, nee, so, das ist das, der soll ja nie wirr schießen, der soll ja auf was Sinnvolles schießen, das heißt, wir machen mal Raketen anvisieren, Meteoriten anvisieren, große Schiffe, kleine Schiffe, hat er geschossen jetzt, ich hab's gar nicht mitgekriegt, Target neutral, nee, eigentlich nicht, neutral, das war ja nicht neutral, das war ja Feind, vielleicht hat er auch geschossen, ich hab's bloß nicht mitgekriegt, Eichweide 500 Meter, Steuerung, Okay, warte mal, wir nehmen das mal runter, gut, vielleicht übernehme ich das dann, ähm, macht vielleicht auch Sinn, ja, und das heißt, mit meiner eigenen Mumbel geht das auch, okay, auch da hatte ganz schön Reichweite hinten, dieses, dieses Gerät, das, was ich repariert hab, nicht schlecht, hatte schon seinen Sinn, Okay, so, also nochmal, K, ich könnte natürlich folgendes machen, warte mal, wir könnten folgendes machen, mach mal G, dann zieh ich das Ding, ach, das hab ich schon, Fahrzeugleister, jetzt hab ich zwei, umschalten an, aus, okay, jetzt hat er geschossen, aber, da kam was, okay, von da oben, guck mal, Auto-Munitionskasten nehme ich mit, das brauche ich, oder sonst noch irgendwas, hier ist noch, Munitionskasten, okay, Inventar, ähm, die Auto-Munition, die brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber, das ist hoffentlich, ach, ist das hier kaputt? Ist das hier kaputt? Alter, okay, warte mal, fehlt mir interne Panzerung, fehlt mir, zu bauen, ich will da nie bauen, aber der ist wahrscheinlich doch repariert, äh, kaputt, interne Panzerung, warte mal, was hab ich noch, das brauche ich nicht, das haue ich hier auch mal rein, das müsste eigentlich jetzt ziehen, ich hab's eigentlich verbunden, bilde ich mir ein, interne Panzerung, hab ich interne Panzerung, ne, wieso hab ich keine interne Panzerung, doch, eine interne Panzerung, eine, Oh, es wird hell, wow, also, ich hab, ich hab, stundenlang, hab ich, gebaut, ja, dieses, dieses hässliche Fahrzeug, hab ich stundenlang, fehlt mir, Massenpanzerung, okay, hab ich dieses hässliche Fahrzeug, gebaut, ich will mal hier hoch, komm nie hoch, was fehlt mir hier, zwei Computer, Small Batterie, nee, das ist nicht gut, wahrscheinlich, sieht, sieht das aus, ich muss ja wahrscheinlich dann irgendwie mal, zwei Computer sind dann hier, wahrscheinlich, ich hatte das ja hier reingetan, äh, Computer, genau, keine Batterie reparieren, okay, Herstellungskomponenten, wahrscheinlich, sollte ich das Zeug immer, immer mal im, zwei kleine Stahlplatten, immer im Inventar halten, so die Basics, Gott, und da verschwindet's, okay, gut, naja, haben schon, haben schon ein bisschen reingezwirbelt hier, haben schon ein bisschen reingezwirbelt, das heißt, ich gehe dann doch lieber nochmal rum, ähm, ja, Energie ist wichtig, damit ich weiterhin Energie habe, wie sieht's aus bei mir, Energie und Sauerstoff, okay, gut, ich meine, die Energie wird auch über den Sitz übertragen, also, machen wir weiter, das heißt, das in die Hand nehmen, die vier, ich checke erst nochmal hier drin, jetzt, so, es gibt's ja irgendwo noch was zu looten, vielleicht flex ich das dann nochmal weg, ähm, ähm, gut, das dauert ganz schön länger, ich habe auch nie so einen dollen, das ist nur, so normaler, okay, opfer, brauche ich nicht, bett brauche ich nicht, hier, äh, äh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, nehm ich mit, ja, mal auf Toilette, warte mal, ich kann mich schon mal draufsetzen, dann sehen wir mal, so ein bisschen die Übersicht, okay, von da sind wir gekommen, unten haben wir, das ist kaputt, auch mal nie hin, jetzt sind wir jetzt drin, im Prinzip hier unten, blinkt's, ich muss da hinten hin, aber ich könnte jetzt natürlich, ich kann natürlich auch hier oben, wir fahren mal dann da oben lang, erstmal, wir können natürlich auch einfach hier runterfahren, vermutlich, und dann dort drüben hin, aber, wir checken die Lage erstmal da oben dann, so, jetzt hat ich mich verlor, Orientierung, ähm, was ist das, Sprengstoff, warte mal, den nehme ich mal lieber mit, ich hatte doch, hatte ich nie auch noch schon Sprengstoff bei mir drin gehabt, ähm, habe ich schon, habe ich schon, das ist das gleiche, Sprengstoff, mir war so, als wenn ich Sprengstoff schon hier mal hätte, irgendwo, na gut, das hauen wir erstmal alles rein, die Sachen lasse ich mit drin, den hauen wir mit hin, gut, was haben wir hier vorne stehen, ach, Wetterstationen, oder Hauptbasis, naja, Wetterstationen erstmal, wollen wir erstmal die Wetterstationen anschauen, schauen wir uns erstmal die Wetterstationen an, jetzt können wir ja mal nochmal fahren, jetzt können wir nochmal fahren, beziehungsweise, brauchen wir Triebwerke, jetzt haben die Elektronik, ist so ein bisschen, knapp, das liegt da hier rum, das, das haut mir ja nie weg, oder denke ich, die Batterie, die kriege ich, ne, was, warum schiebt mich das weg, ach, das hat noch Antrieb, ne, das treibt immer noch ein bisschen an, hier, naja, wenn man es kaputt macht, dann bleibt es, dann geht es weg, voll, naja, oh Gott, oh das, wie ist das explodiert, einfach so, oder was, ach, die, die Energiezelle ist explodiert, aha, okay, warum das, weil ich die weggeflext habe, wegflexen wollte, große Magie, da nochmal, oh bin ich erschrocken, man weiß auch immer nie, was da passiert, hier, im Rücken, naja, naja, ist okay, ist okay, oder man tut, hier, hier stört mich eigentlich auch, kann ich euch irgendwie wegschieben, nee, gut, okay, wir versuchen mal weiter, oder man, muss ich, ach, hier ist der Gürtel dabei, sehr schön, so, du hier, Gott, so, dann machen wir mal weiter, Wetterstation, mein, mein breites Auto, ja, ich habe aber dieses Solarpanel, ist schon wichtig, wegen, naja, bist schon, wegen Energie, nee, wieso, falsch getippt, oder mal, und dann machen wir erst mal das in die Hand wieder, und wir machen wieder rein, volle Konzentration, mal sehen, ob wir hier hochkommen, da bin ich jetzt gespannt, mal schauen wir doch lieber so, das ist ein bisschen übersichtlicher, oh, Aber wegen Sauerstoff und das ist natürlich jetzt auch ungünstig. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab doch... Nee. So. Äh, hatte ich nicht. Ausstattflaschen? Irgendwie. Kann ich die bauen? Ausstattflaschen? Aufladen wieder. So. Ja, war doch so, als wenn... Hier! Äh, Sauerstoffflasche. Genau. Dann nehmen wir mal eine mit. Das brauch ich sowieso nie, weil... Bringt nix. Und natürlich doch. Und um irgendwas zu holen, hau ich die Sachen hier natürlich raus. Okay, das war vielleicht nicht so klug. Wegen Gewicht. Aber das Ding ist voll. Okay. Naja, ich... Das ist... So. Wie sieht's denn aus jetzt? Wir haben jetzt 300 Gramm. Okay, und eine Sauerstoffflasche. Gut. Wir checken die Lage. Äh, beziehungsweise... Nee, machen wir das nächste Mal. Wir machen das nächste Mal. Wir machen das nächste Mal. Geht's da hoch zur Wetterstation. Und dann geht's zur Dings Mining Base. Und... Ja, das Ding ist jetzt... Ich weiß nicht, baue ich's nochmal um? Aber andererseits, ich... Kann ich schon gebrauchen, die Rohstoffe. Na gut. Also, liebe Leute. In dem Sinne. Erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.